Radha im Kreise der Gopis Das Rasa-Spiel Das Dichtwerk Gita Govindam, das ursprünglich keineswegs für eine größere Allgemeinheit bestimmt war, beginnt mit einer geheimnisvollen Strophe. Nanda, Krishnas Vater im Hirtenland, spricht zu Radha, der von Krishna Geliebten. Von dichten Wolken ist der Himmel bedeckt, die Waldlandschaft ist dunkel, von den fast schwarzen Stämmen der Tamala-Bäume. Es ist Nacht, er fürchtet sich, deshalb bringen schnell in dein Haus. Also geschah es, dass diese Anweisung Nandas beide zu der Laube am Wege am Jamuna-Ufer zusammenführte. Gepriesen seien die geheimen Spiele von Radha und Krishna. Gita Govindam 1.1 In dieser Strophe tönt eine Szene aus dem Brahma-Vayvarta-Puranam wieder, die erkennen lässt, dass Krishna nicht heranwächst, sondern die Form und das Benehmen offenbart, die für die jeweilige Lila geeignet ist. Es war im Frühling, jener Jahreszeit, da im Umkreis von Vrindavan nie Regen niederfällt. Nanda, der Hirtenkönig, war mit den reichen Kuhherden ausgezogen. Krishna, sein Kind, hatte er mit sich genommen. Es war Nacht, Radha war auf dem Weg zu der Laube im Heine, wo ein Stell-Dich-Ein mit Krishna bereits am Morgen durch Botinnen vereinbart worden war. Die Eltern Krishnas und die Eltern der Radha wissen nichts von den heimlichen Spielen der beiden. Der Rasa, der elterlichen Liebe und der Rasa, der Erotik, Schringaras, schließen einander aus. Doch Krishna kann sich der Obhut Nandas nicht entziehen. Er kann nicht einfach verschwinden und den geliebten Vater in Unruhe und Kram versetzen. Schlimm sieht es aus. Wie soll er und Radha zusammenkommen? Doch es wirkt die Kraft der Yogamaya, die Krishnaslila gestaltet und nicht die Kraft der Maya unseres Universums mit ihren starren Gesetzen. Der bloße Wunsch, Krishnas zu Radha zu kommen und doch dem Vater alle Unruhe zu ersparen, verursacht die drohenden Wolken am Himmel. Die Kühe und Kälber werden unruhig. Nanda eilt hin und her, um sie zusammenzuhalten. Diese Herden sind Krishnas Reichtum, für dessen Erhaltung er sorgen muss. Doch wenn Krishna nun ein Jüngling ist, so ist doch sein Jünglingsein grundverschieden von dem dieser Welt. Ein Jüngling unserer Welt ist nicht mehr das Kind. Die Form der Gestalt, das Benehmen, die Haltung des Kindes haben aufgehört. Sie gehören der Vergangenheit an. Doch die Gestalt Gottes besteht nicht aus Fleisch und Blut, die den Gesetzen der Maya unterworfen sind, sondern aus Erkenntnis, aus ewigem Geist, aus Atmerstoff. Auch als Jüngling hört Krishna nicht auf, das kleine Kind zu sein und er ist das Kind, wenn er vor seinen Eltern ist. Krishna fürchtet sich tatsächlich in der tiefen Dunkelheit. Sein Vater Nanda ist sehr besorgt. Es wäre besser, wenn das Kind in sicherer Obhut und unter einem festen Dache wäre. Doch wer könnte ihn wohl schnell in ein Haus bringen? Da kommt Radha eilenden Schrittes herbei, auf dem Wege zu dem mit Krishna Verabredeten, stell dich ein. Nanda meint, sie sei auf dem Wege nach ihrem Hause. Er ruft sie an und trägt ihr auf, den bangen Knaben schnell nach Haus zu bringen. Nanda ist ganz versunken in die Sorge um das geliebte Kind, das er auf seinen Armen trägt. Ihm ist gar nicht bewusst, dass Radha ein jugendliches Mädchen ist und Krishna ein Jüngling. Das ist im Sinne der Shastras nicht ein Unwissen, wie das dumpfe, aus Gottes Abgewandtheit stammende Unwissen der Welt. Es ist ein Unwissen, das aus tiefster Erkenntnis Gottes, als des Kindes stammt, aus einer der Gott-Kind erkennenden Bhakti und das durch Yogamaya verursacht wird. Radha blickt ganz verdutzt rein. Wie im Traum schaut sie das Kind Krishna an, streckt ihre Arme aus, wendet sich um und eilt davon. Im gleichen Augenblick vernimmt sie die Flötentöne Krishnas, der zum Tanze des Rasa ruft. Es sind Töne einer besonderen Flöte Krishnas, die nur diejenigen vernehmen, die wie sie selbst zum Shringal-Ras gehören. Sie eilt in die Richtung zur Laube, die sich nah dem Tanzplatz befindet. Die Kraft der erkennenden Liebe zu Gott als dem ewigen Jüngling hat bereits die vorhergesehene Szene miteinander aus ihrem Sinn ausgelöscht. Kein Kind ist in ihren Händen. Sie kommt und sieht schon von Weitem den Jüngling Krishna, schelmisch die Flöte blasend. Der Rasa-Tanz und die anderen nächtlichen Spiele setzen ein. Die Spiele im Frühlingshain übergossen von Fluten leuchtenden Mondscheins. Hier gibt es keine drohenden Wolken, wie dort, wo ganz nahe Nanda weilt. Vor Anbruch der Morgendämmerung bricht das Spiel des Rasa ab. Krishna und die Gopis, Rathas Freundinnen, eilen auf verborgenem Pfaden heim. Noch ganz unter dem Eindruck der nächtlichen Erlebnisse und schwer bedrückt vom Krame der Trennung, eilt Ratha auf ihren einsamen Wege. Plötzlich sieht sie wieder Nanda vor sich. Wie ein vergessener Traum dämmert es ihr auf, was am vergangenen Abend geschah. Nanda schaut sie an. Fast will sie stammeln und von dem Kindesprechen, das nicht da ist, verloren ging. Unbewusst streckt sie die Arme aus und plötzlich liegt das Kind auf Nandas Armen. Ratha vernimmt kaum seine Dankesworte. Wie im Traum eilt sie weiter, ihr Sinn voller Unruhe und sorgender Erwartung. Sie muss schnell zu Hause ankommen, denn niemand darf ja wissen, wo sie des Nachts gewesen war. Fußnote 181 Ohne diese tief philosophische Geschichte aus dem Brahma-Vaivarta-Purana im Sinne zu haben, ist der Anfangsvers des Gita-Gvindam vollkommen unverständlich. Die genaue Kenntnis der Struktur der Krishna-Lila wird von Jayadeva, dem Autor des Werkes, vorausgesetzt und nur leise erwähnt, damit jeder, der dieses Dichtwerk hört oder liest, nie auch nur einen Augenblick lang vergesse, dass Gott der Held ist. Der Ratha ist eine überaus dramatische Spielentfaltung in vielen Phasen und Stufen, schon deren Aufeinanderfolge stellt ein großes Kunstwerk dar. In Krishnas-Lila gibt es zahllose Rasas. Der im Gita-Gvindam geschilderte Rasa begibt sich im Frühling. Der Rasa, dem im Bhagavatam 10.29-33 fünf zentrale Kapitel gewidmet sind, ereignet sich im Herbst in der Nachregenzeit. Es ist der allererste Rasa, der in dieser Weltschöpfung in der lila Krishnas auf Erden stattfindet. Der Rasa des Bhagavatam wird dadurch eröffnet, dass Krishna jene Flöte tönen lässt, deren Ton nur die Gopis vernehmen. Die andere Flöte, die Krishna bläst, wenn er mit den Herden durch die Wälder zieht, hören auch die Freunde, die Kühe, die Gazellen, die Vögel, alle die aus Chit bestehenden Wesen in Vraj. Als Bhagavan sah, dass die Nächte in dieser Nachregenzeit voll aufgeblühte Jasminblüten waren, gedachte er, mit Hilfe seiner Yogamaya zu spielen und er ließ die Flöte tönen. Bhagavatam 10.29.1 Die Gopis, die ihr Haus, ihren Besitz, ihren Leib, sich selbst ganz Krishna übermacht haben, sind gerade mit mancherlei häuslichen Verrichtungen beschäftigt, die sie um Krishnas Willen üben. Die eine ist eben eifrig dabei, Feuer zu machen und Milch zu wärmen. Doch als sie den Ton der Flöte vernimmt, lässt sie achtlos die Milch überkochen und eilt in die Nacht hinaus dem Ton der Flöte nach. Eine andere Gopi ist damit beschäftigt, die Kühe zu melken. Sie lässt die Kuh mit halb vollem Euter stehen und eilt davon. Eine andere Gopi füttert eben die kleinen Kinder. Eine andere legt sorgsam das Abendessen vor. Als sie den Ton der Flöte hören, unterbrechen sie jegliches Tun und eilen ins Freie. Andere sind damit beschäftigt, ihren Leib zu salben oder ein Bad zu nehmen. Mit sich lösenden Haarflechten bloß eines der Ohren mit dem Ohrring versehen, das andere ungeschmückt, nicht einmal fertig bekleidet, lassen sie alles im Stich. Sie können nicht anders, sie werden unwiderstehlich von dem Flötenton angezogen. Sie müssen Krishna im Wald des Dunkels suchen, um ihm, dessen Geliebte sie seit Ewigkeit sind, zu dienen. Das Bhagavatam berichtet, dass Gatten, Brüder, Eltern, Verwandte einige Gopis am Forteilen verhindern wollten. Sie konnten nicht heraus. Von Sorgen der Liebe erfüllt, die Augen schließend, versenkten sie sich ganz in Krishna. Sie, deren Heil, zu Krishna im Walde zu gelangen, geschwunden war, erlangten große Freude durch die Umarmung Krishnas, den sie aufgrund ihres ausschließlichen Denkens an ihn erlangt hatten. Durch die heftige Qual der unerträglichen Trennung von dem Geliebten war alles Hässliche, die Hindernisse, die ihnen im Wege standen, vernichtet. Bhagavatam 10.29.10 Ja, sie kamen mit ihm, dem Teuersten von allen Teuren, zusammen, obgleich sie meinten, dass er ihr Liebhaber sei. Sie verließen den Leib der Bindungen und wurden sofort vollkommen frei von dem Gebundensein an das Haus. Bhagavatam 10.29.11 Als die Gopis Krishna im Walde auffanden, verwirrte er sie durch seltsame Redeweise. Zwar heißt er sie zuerst herzlich willkommen, sie, die von großem Heile sind. Doch schelmisch tut er dann so, als wisse er gar nicht, weshalb sie gekommen seien und dass er es war, der sie durch die Töne der Flöte rief. Das folgende mehrschichtige Gespräch ist voller Wortkunst im Sinne des Alamkara Shastram. Fußnote 193 Vergleiche Sahitya Darpanam und Kavya Brakasham Das letztgenannte Werk 11. Jahrhundert nach Christus übersetzt von Ganganatha Jha Revised Edition Allahabad 1925 gibt eine Einsicht in den Sinn, der in der indischen Rhetorik in Worte und Sätze nach der Lehre der Wortkunst hineingelegt wird. Der Übersetzer zitiert in der Einleitung die Aussagen westlicher Gelehrter. Das ist schon im Vergleich mit der indischen klassischen Dichtung für diese Dinge im ganzen westlich-östlichen Kulturkreis einschließlich der Antike keine Entsprechungen gebe. Und auch die westliche Sanskrit-Literatur erscheine wieder als flach verglichen mit der unerhört beweglichen Wortkunst in der vielschichtigen Sprache mancher Teile der Shastras. Zum Beispiel der Rasa-Kapitel des Bhagavatam Was in einer äußeren Schicht der doppelsinnigen Worte gesagt ist wird in einer tieferen Schicht derselben Zeile ständig ins Gegenteil verkehrt. Krishna bittet die Gopis zum Beispiel in der bedrohlichsten finsteren Nacht wieder fortzugehen nicht fortzugehen Fußnote 184 Bhagavatam 10.29.19 Die Eltern und die anderen werden sie suchen werden sie nicht suchen Geht ihr von hier nach Haus Geht nicht nach Haus Bhagavatam 10.29.20 Voll tiefem Sinn spricht Krishna zu ihnen zuletzt als Bhagavan dessen Hören, Sehen, Tief durchdenken und wiederholtes Besingen zu dienender Liebe zu ihm führt wie viel mehr dann noch seine unmittelbare Nähe Deshalb geht nicht in die Häuser zurück Bhagavatam 10.29.27 Fußnote 185 In den beiden letzten Strophen wurde bloß die verborgene Bedeutung in der Übersetzung dargelegt Die Gopis hören die Gopis hören Krishnas Rede und sind sehr bedrückt denn das, was sie wollten scheint vereitelt zu sein Sie verstehen bald den einen bald den anderen Sinn seiner Worte und meinen er halte sie für unwert ihm als Geliebte zu dienen und sie flehen seine Dienerinnen sein zu dürfen In ihrer tiefen Verzweiflung dass sie bald willkommen geheißen und gepriesen bald als gewöhnliche Baktas von ihm Unterweisung erhalten wie man zu ihm kommen kann bricht in ihnen Erkenntnis von dem auf was er und sie wirklich sind und sie sprechen aus was sie sonst aus edler Gesinnung nie sagen würden dass sie gar nicht um ihretwillen sondern um seinetwillen herbeigeeilt waren In höchster Brema Bhakti waren sie zu Krishna gekommen Um seinetwillen waren sie frei von jeder Art und Begehren nach Freude für sich selbst Sie trockneten ihre von Tränen blinden Augen und sagten zu Krishna dem Geliebtesten als ob dieser so etwas wie Unliebeworte gesprochen hätte Sie wissen zwar dass er keine Unliebenworte spricht doch im Grade des Anscheins Unliebeworte zu sprechen den er durch doppelsinnige Sprache erweckte sagen sie vorerst mit ein klein wenig ärgerlicher Stimme Da er schon als Adipuruja als Paramatmer denen die Befreiung Moksha begehren das gebe was ihnen gebührt solle er doch als Bhagawan diejenigen die wie sie seine Bhaktas sind nicht verlassen sondern ihrem Dienenwollen entsprechen Du weißt was die religiöse Pflicht ist und hast es gesagt Es ist Pflicht der Frauen dass sie ihren Gatten Kindern Freunden und Verwandten dienen sie zufrieden stellen Lass es bei diesem Wort der Unterweisung bleiben die auf dich abzielt der du der Herr der Geliebteste und der Freund und der Paramatmer derer bist die einen Leib tragen das heißt Freund des Atma Bhagavatam 10.29.32 Im tiefen Leid Krishna nicht dienen zu dürfen erkennen sie für einen Augenblick lang ihr eigenes Wesen als Chit Shakti gestalten um es in der Freude des Dienens Krishnas als der Fülle der göttlichen Lieblichkeit ebenso schnell wieder zu vergessen und es später im höchsten Kram der Trennung von ihm abermals zu erfahren Fußnote 186 Das Wissen der Gopis von Bhagavan in seinem Reich der göttlichen Lieblichkeit schließt das Wissen von Bhagavan in seinem Reich der göttlichen Allmacht und Herrschergestalt ein wenn es auch zumeist vom Spiele der göttlichen Lieblichkeit und unbekümmerten Ausgelassenheit völlig überleuchtet wird dagegen schließt das bloße Wissen von der Herrlichkeit und Allmacht Bhagavans das Wissen von seinem Spiel der Lieblichkeit aus Mit Narayana zusammen kann man nie Butter stehlen über die Doppelnatur Bhagavans vergleiche Chiva Goswami Briti Sandharba Die Erregung wirklicher Liebe ist im Gang wenn die Gopis den nächsten Vers sprechen Noch immer reden sie anfangs in der dritten Person Die Entgegnungen der Gopis sind ebenso mehrschichtig und voller Wortkunst wie die Worte Krishnas Die Klugen haben dienende Liebe zu dir der du ihr Ein und Alles und der Ewig Geliebte bist Was sind denen Gatten Kinder und so weiter O höchster Gott Du gewähre der Bitten Du Lotus Eugiger Erweise uns Gnade Zerreiße nicht die lange gehegte Hoffnung auf dich 10.29.33 Erst im nächsten Vers enthüllen die Gopis voll ihr eigenes Wesen Unser Herz ist von dir mit Leichtigkeit gestohlen worden Wie soll es bei unseren Häusern weilen oder aber die Hände beim Werke im Hause Ja unsere Füße bewegen sich nicht einen Schritt von den Lotussen deiner Füße fort Wie sollen wir fortgehen und wenn schon was sollen wir in den Häusern Bhagavatam 10.29 Das heißt die Gopis richten hier eine ironische Aufforderung an Krishna Wenn du willst dass wir fortgehen dann musst du uns erst einmal das Herz wiedergeben das du gestohlen hast Wie oftmals werden auch hier die einzelnen Verse jeweils von bestimmten Gopis gesprochen die oft listig auf Krishnas Herausforderung antworten Eine der sogenannten 64 Künste ist die Kunst des Gebrauchs der Sprache und die Verwendung vieler Wortsinne und darin sind die Gopis wohl bewandert In aller Tragik ihrer Worte leuchtet eine Herrlichkeit von echtem Humor auf Auch im Argumentieren geben sie Krishna hohe Freude und nichts freut ihn mehr als wenn er von seinen Bhaktas besiegt wird denn sie wollen ja um seinetwillen siegen In diesem Spiel werden die Gopis wild hin und her gerissen bald Selbstbewusstsein Wir haben das Recht getan bald Verzweiflung Wir sind ganz unwürdig dir zu dienen bald stellen sie ihre physische und seelische Unfähigkeit dar zurückzukehren und sie appellieren an sein Mitleid bald entschuldigen sie seine Härte der ihr gnadenvoll alles Leid der Bewohner von Vraj wegnahm bald wieder fühlen sie sich ganz unwürdig Es ist Lebendigkeit des Herzens um seinetwillen um des Dienenswillen der jeweiligen Lila Situation und den jeweiligen Worten Krishnas entsprechend Ganz flink und ohne dass sie sich des Dienens bewusst sind dienen sie ihm in unendlicher Bewegtheit des Dienens mit Händen und Leib mit Taten und Worten jeweils in größter Vollkommenheit Krishna hat sie zutiefst herausgefordert und sie haben die Herausforderung angenommen um um seinetwillen die Verwirklichung des Dienens mit Gefühl mit Gefühl Worten Argumenten in einer oft staunenswerten Verwendung der Kunst der Rhetorik das ist es was Krishna so erfreut es ist es ist ein unaufhörliches Quirlen in Unruhe Aufregung Herausforderung zu neuen Leistungen des Dienens wobei zuletzt sogar die drohende Trennung oder wirkliche Trennung zum Glück des Dienens wird Glück und Dienen sind dann eine Einheit doch in der ständig sich steigernden Aufregung des Dienens bleibt gar keine Muße zum Erleben zum sich bewusst werden dass dieses Dienen Glück ist in den herausfordernden Worten die Krishna an die Gopis richtet steckt die Fülle der lieblichen Ausgelassenheit Gottes Er spricht in mehrsinnigen Worten als ob er sich um die Folgen der Verzweiflung im Herzen der Gopis gar nicht kümmere Ja er lacht herzlich als er aus ihren Worten die Wirkung ersieht wie sie ihn bald recht verstehen bald missverstehen bald seine Argumente kühn über den Haufen werfen bald in beschämter demütiger Bescheidenheit um das bloße Magdsein bitten Dem Bhakta wird hier im Bhagavatam ein Einblick in das gegeben wie sich die innerste Lila vollzieht und was das Gottdienen auf der Stufe der Gopi Bhaktas ist Auf die stärkste Form des sich ganz unwürdig Wissens folgt unmittelbar die Woge der großen Freude als ewige Freundinnen Krishnas diesem wirklich dienen zu dürfen Krishna lachte herzlich als er voll mit Gefühl hörte was die seinen verwirrt stockend sagten und er und er Herr der größten Meister des Yoga obwohl er schon in sich selbst alle Freude findet er erfreute die Gopis Bhagavatam 10.29.42 Die Bezeichnung Herr der größten Meister des Yoga Yogesh Varesvara in der letzten Strophe ist das Stichwort dafür dass Krishna um die Gopis zu erfreuen seine Gestalt vervielfältigt und wie die kommende Handlung zeigt in vielerlei Gestalten seiner selbst mit je einer der Gopis spielt so streift er mit ihnen im Walde umher und hat zarte Spiele mit ihnen laut sie besingend und von ihnen herrlich besungen mit dem fünffarbigen Blumenkranz geschmückt der bis zu den Knien reicht schweifte er umher den Hain schmückend er der Herr von hunderten von Scharen von jungen Frauen Bhagavatam 10.29.44 Dann ging er mit den Gopis zum kühlen zarten Sandufer der Yamuna um das ein sanfter Wind wehte der erfreute weil er von den Wellen des Flusses herrührte und den Duft blühender Lotuse mit sich trug sie erfreuend spielte er mit ihnen durch durch das ausbreiten seine Arme berühren ihre Hände Haarlocken Hüftgürtel Brüste durch Umarmungen durch Späße ritzen ihre Haut mit seinen Nägeln liebevolles Anblicken und Lachen das Verlangen nach Liebesspiel in den Schönen von 145 Wieder schlägt die Woge um Auf die Welle der ekstatischen Freude Harsha folgt die Welle des Stolzes und dieser Stolz wandelt sich zu gekränktem Stolz Mana Vom allmächtigen Gott von Krishna dem ganz Großherzigen waren sie verehrt worden Fußnote 187 Der ganz Großherzige bedeutet um ihretwillen hat Krishna alle diese Formen angenommen und jeder erlebt dass er besonders ihre Form des Dienens am meisten würdigt Jede einzelne der stolzen Frauen meinte beleidigt dass gerade sie selber mehr sei als jede andere im Lande Bhagavatam 10.23.47 Fußnote 188 Auf Erden kann einer nur eine am meisten lieben Doch im Sinne des Bhagavatam ist das Gott der hier von den Gopis besungen wird und der die Gopis besingt und wenn Bhagavan Svayan spielt hört die Logik der Maya auf Schon jedem der Gopak Knaben ist Krishna der beste Freund und jeder ist ihm am liebsten Es ist auch keine Unwahrheit wenn Bhagavan zum Beispiel zu Pralat und Uthava und anderen Bhaktas jeweils sagt Du bist du am liebsten Auch der gekränkte Stolz Sancharibhav Man Siehe Seite 202 Auch der gekränkte Stolz der Gopis um Krishnas Willen ist eine Form ihres Prima Jeder von ihnen meint Krishna ist zufriedener und glücklicher durch meine Gestalt Meine Art des Dienens als durch das Dienen der Anderen Also sollte er um seines eigenen Glückes Willen mich vor den Anderen hervorheben Als Keshava Krishna ihren Stolz wahrnahm der aus dem großen Glück stammte dass er sie alle verehrte und als er ihr gekränkt sein sah machte er sich eben dort unsichtbar um den Stolz zu dämpfen und das Gefühl des Beleidigt Seins zu besänftigen Bhagavatam 10.29.48 Die schönen Frauen von Vraj litten schwer als sie ihn nicht sahen nach dem Bhagavan ohne jeden Grund unsichtbar geworden war Sein Lachen seine Spiele Blicke Worte hatten ihre Herzen so gefesselt dass ihr Denken und Fühlen ganz in ihm aufging und sie anfingen das was er tat nachzuahmen im Fühlen Gesichtsausdruck und und den Gebärden wurden sie dem Geliebten ganz ähnlich und in Sinnesverwirrung aufgrund der Spiele mit Krishna die ihren Sinn ganz erfüllten sagten sie zueinander Ich bin Ich bin Krishna Bhagavatam 10.30.1-3 Auch diese vollkommene Geistesverwirrung ist eine der Wellen der Brema Bhakti des Sancharibhav Unmada Durch welche die Gopis Krishna dienen und wie in allem wahren dienen ist da kein Bewusstsein von Ich diene Ihr Wesen und dienen ist eins Ihr Wahnsinn ist dienen Im nächsten Augenblick aber klingt diese Welle des Wahnsinns ab Ihr gekränkter Stolz ist ja schon längst entschwunden und ganz in Demut sich selbst abwerdend suchten sie nach ihm von Wald zu Wald streifend und sie fingen an die Bäume die ja hoch sind und weit schauen können nach ihm zu fragen sie suchen nach ihm der Gestalt ist und doch immer und überall ist so wie der Raum innerhalb und außerhalb aller Dinge überall und immer da ist 10.30.4 sie fragten die Bäume und Sträucher und die heilige Pflanze Thulassi die von Krishna geliebt wird Fußnote 191 zur zur uralten Verehrung von Thulassi die immer zu Krishnas Füßen ist vergleiche Thulassi Upanishad und Padma Purana Kriya Kanna 24.9 bis 68 25.1 bis 10 sie fragen die Erde die ja einst von Krishna in Gestalt des weit hineinschreitenden Trivigrama Vamana mit dem Fuß berührt wurde und von ihm in Gestalt des Avatar Varaha umarmt wurde keine Spur mehr davon dass sie selbst die Herrlichsten seien sie fragen die weiblichen Gazellen ja eine vermeint den Duft der weißen Kunderblüten vom Blumenkranze Krishnas zu spüren Duft der vermischt ist mit dem Dufter des Safran von der Brust einer Geliebten mit der er zusammen war sie fragen fruchtbeladene Bäume ob sie Krishna gesehen hätten und ob sie sich niederbeugten um ihn zu grüßen und er ihren Gruß angenommen habe als er hier vorbeikam den rechten Arm um die Schulter der Geliebten legend den Lotus des Spiels in der linken Hand von Schwärmen von Bienen umgeben die um die Tullassi schwirren ihr Fragen und Suchen war vergeblich in großer Not des Suchens und doch nicht Findens steigert sich ihre Verzweiflung und in erneutem Wahnsinn benehmen sie sich wieder so als ob sie Krishna wären und Armen wieder von ihm erfüllt die großen Heldentaten nach die er von frühester Kindheit an tat eine gebärdet sich als sei sie die Dämonin Putana und nimmt eine andere Gopi an ihre Brust eine andere stößt eine andere mit dem Fuß als ob diese der Karrendämon wäre den das Kind mit dem Füßchen umstieß einige tun so als ob sie Krishna und Balaram wären andere als ob sie andere Hirtenknaben wären ein wunderbares wildes Spiel plötzlich in einem Augenblick des Abklingens dieses Wahnsinns als sie wieder suchen entdecken sie zu ihrer großen Freude die deutlich sichtbaren Abdrücke von den Sohlen von Krishnas Füßen auf dem feinen Boden des Waldes Bhagavatam 10.30.24 Dann fanden die von Trennung gequälten weitersuchend die Fußspuren Krishnas zusammen mit den Fußspuren der Frau Ja aus der verschiedenen Tiefe der Fußabdrücke in dem weichen Boden folgerten sie dass Krishna wohl die Hand auf ihre Schultern legte als er neben ihr dahinschritt sie kamen zum Schluss sicherlich ist Gott der allmächtige Hari von ihr in vollkommener Weise verehrt und dadurch zufriedengestellt worden deshalb hat Gwinda uns verlassen und sie heimlicherweise fortgeführt Bhagavatam 10.30.28 Fußnote 192 Das Sanskrit Wort für in vollkommene Weise verehrt und zufriedengestellt a radhita deutet in kryptischer Sprache auf radha vergleiche auch Brahma Sutra 3.2.24 Aus diesem Vers sind zwei wichtige Dinge zu ersehen Erstens Wie schon mehrmals vorher sind sich die Gopis in diesem Augenblicke klar dass der geliebte Hari Bhagavan der Herr ist Zweitens Sie drücken klar aus dass ihr liebendes Dienen im Vergleich zu der bevorzugten Radha minder ist sodass er sie alleine ließ und mit ihr fortging Der Vers drückt deutlich Bewunderung für Radha aus Er wird von Freundinnen der Radha ausgesprochen die aber absichtlich vor den anderen Radhas Namen nicht nennen Im nächsten Vers sprechen Gopis die zwischen Radha und deren Gegnerin Chandrawali stehen ihre Bewunderung aus ohne Partei zu nehmen O Freundinnen gesegnet sind sicherlich diese Blütenpollen von den Lotussen der Füße Govindas denn Brahma Mahadeva in Klamas Shiva und andere und die göttliche Lakshmi des Narayan nehmen diese Pollen auf ihre Häupter um frei zu werden vom Übel 10.30.29 Den folgenden Vers sprechen Widersacherinnen der Radha nämlich Chandrawali und deren Gefährtinnen Tiefes Leiden geben uns ihre Fußabdrücke denn sie allein unter den Gopis wurde von ihm entführt und sie allein genießt heimlich die Lippen Ajutas 10.30.30 Die Namen der Gopis die im Bhagavatam nicht genannt werden sind aus den alten Texten der Puranas Vaishnava Tantras und Vaishnava Samitas wohl bekannt Chandrawalis liebendes Dienen gründet in ihrer persönlichen dienenden Beziehung zu Krishna Ich bin dein Das bedeutet ein geringeres Maß von intimer dienender Liebe als bei Radha deren Grundton Du bist mein ist Daraus folgt dass Chandrawali immer etwas unfrei im Umgang mit Krishna wirkt um ihn recht vorsichtig als Herrn zu behandeln während Radhas Liebe ganz frei von solcher Haltung ist Diese beiden Grundtöne sind ganz verschieden voneinander und werden sorgsam auseinander gehalten Die Freundinnen Radhas erwidern Oh hier sind ihre Fußabdrücke nicht sichtbar Sicherlich trug der Geliebte die Geliebte hier da ihre zarten Fußsohlen von den Gräsern schmerzten 10.30.31 Die Gegnerinnen Radhas Oh Gopis schaut euch diese Fußabdrücke an Krishna der die Gattin trägt Krishna der von der Last schwere Oh der Lüstling 10.30.32 Die Freundinnen Radhas Hier wurde die Geliebte von ihm dem Großherzigen zum Pflücken von Blumen auf dem Boden niedergelassen 10.30.33 Hier hat er für die Geliebte Blumen gepflückt Seht diese Fußabdrücke sie sind unvollkommen weil er auf den Zehen stand Die Widersacherinnen Hier aber hat der Lüstling der Lustergebenen das Haar mit Blumen geziert Die Freundinnen Hier ist er sicherlich niedergesessen um die Geliebte mit einer aus Blumen geflochtenen Krone zu schmücken 10.30.34 Im Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Kapitel 8 findet sich ein Gespräch Krishna Chaitanyas mit seinem geliebten Freund Rai Ramananda über das Wesen Radhas Dieser zitiert das Padma Puranam Radha ist unter sämtlichen Gopis die über alle Grenzen von Vishnu Geliebte Sri Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.24 S Strich 98 S Er führt als Beleg die in diesem Kapitel zitierte Strophe aus dem Bhagavatam 10.30.28 an dass Bhagavan Hari der allmächtige Gott alle anderen Gopis im Stich ließ und sie an einem verborgenen Ort führte um den Freund zu noch tieferen Enthüllungen der Geheimnisse des Entfaltungsspiels von Radha und Krishna heraus zu fordern sagte Chaitanya heimlich nahm Krishna Radha aus der Mitte der Gopis fort das bedeutet dass hier nicht ganz dichter Prima aufleuchtet denn in diesem Prima Krishnas zu Radha ist noch immer eine Rücksicht auf die anderen Gopis ein gebunden sein durch deren Liebe Sri Chaitanya Charitamrita Majalila 8.77 101 Chaitanya fährt fort falls Krishna Radha genommen hätte und mit ihr zusammen vor allen Gopis die Gopis verlassen hätte dann verstünde ich dass Krishna wirklich ganz tiefen Anurag zu Radha hätte CI 8.78 Strich 102 Fußnote 193 Anuraga eine hohe Form der Brema Bhakti wo der seit Ewigkeit wohl bekannte Geliebte so unerhört frisch und neu erscheint als ob man ihn noch nie vorher gesehen hätte Vergleiche Seite 204 Rai Rai sagt O vernimm die Größe ihres Brema in den drei Welten gibt es keinen Anhaltspunkt für einen Vergleich Sri Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 8.79 Strich 10 Fußnote 194 Wie groß Radhas Brema zu Krishna ist kann nur daraus einigermaßen geahnt werden wenn man erlebt wie stark Krishnas Brema zu Radha ist und nun zitiert er eine Szene des Gita Govindam aus dem Rasa des Frühlings und Krishna nahm die Radha an sein Herz welche die Klammer die Spange ist die zusammenhält die Lust zu dem was in vollkommener Weise das wertvollste ist nämlich die Rasa Lila und ließ alle die schönen von Vraj im Stich Sri Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 26S Strich 105S Gita Govindam 3.1 Das bedeutet Radha ist das Zentrum von Krishnas ganzem Interesse am Rasa Nam ans Herz bedeutet in seinem Herzen Sinnen Denken war kein Raum mehr für die anderen Gopis für das was die übrigen Gopis wohl fühlen mochten Sondern nur Radha allein war in seinem Herzen Sinnen Denken Sie die plötzlich aus dem Rasa Kreis entflohen war ist die Klammer die allen Rasa und alle Lust am Rasa zusammen hält Suchend und klagend schweifte er im Heine umher Sri Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 8.8 Strich 104 Rai spricht weiter das Gita Govindam zitierend Sein Sinn vom Pfeile des Liebes Gottes tief verwundert Fußnote 195 Anoga wörtlich der Leiblose der Gott der Liebe Sein Sinn vom Pfeile des Liebes Gottes tief verwundert er der Madhava Krishna nach Radha in allen Winden suchend in gequälten Herzen von Verzweiflung von Reue überkommen Fußnote 196 Verzweiflung Reue wie Aada einer der Sancharibhavs der Brema Bhakti Von Reue überkommen war er in der Laube am Ufer der Yamuna Sri Chaitanya Charitamrita Madhjalila 8.27 Strich 106 Gita Govinda 3.2 Im Rasa mit den vielen Gopis war Krishna zu allen gleich zugetan gewesen Keine wurde von ihm besonders hervorgehoben Radha weiß dass keine andere Gopi Krishna die Freude geben kann die sie ihm zu geben vermag und das quält sie um seinet willen sie verlässt den Rasa Kranz und dadurch zerbricht sie den Kreis alle Gopis zusammen sind nichts ohne sie und er hätte das wohl beachten sollen also bereut Krishna Krishna leidet nicht deswegen weil Radha fortging und er weniger Glück erlebt sondern weil sie mehr Glück hätte erleben können und er es ihr nicht zuteil werden ließ so wie der Bhakta eine unwiderstehliche Lust hat Bhagavan zu lieben ihm zu dienen so hat Bhagavan Krishna eine ebenso unwiderstehliche unendliche Lust dieses Dienen anzunehmen Krishna ist verwundet vom Pfeile der Lust dieses Dienen wollen entgegen nehmen zu wollen und es nicht zu können in Millionen von Gopis findet diese Lust keine Befriedigung daraus mag wohl die Größe des Prema von Radha geschlossen werden Sri Chaitanya Charitamrita Madhjalila 8.88 Strich 114 Das Bhagavatam berichtet wie Radha im Verlauf des Herbstrasa in den Kreis der Gopis zurückkehrt Ohne recht zu wissen was sie taten liefen die Gopis umher auf die Fußspuren weisend jene Gopi aber die Krishna mit sich genommen hatte als er die anderen Frauen im Walde zurückließ sie hielt sich selbst für die beste unter allen Frauen und dachte er hat alle Frauen die ihn liebten verlassen und der geliebte liebt eben nur mich 10.30 36 bis 37 und während sie im Walde ging sagte sie im Gefühl des Stolzes zu Keshawa ich kann nicht mehr laufen trage mich hin wohin du willst 10.30 38 er forderte die geliebte auf auf seine Schulter zu steigen doch im selben Augenblick machte er sich unsichtbar und die Gattin bereute sofort 10.30 39 Sofort fühlte sie sich als eine erbärmliche Dienerin im Schmerz der Trennung von dem Geliebten fiel sie zuerst in Ohnmacht Fußnote 137 Sanjaribav Moha Die Freundinnen fanden sich nicht mehr weit entfernt während sie nach Govinda suchten sie hörten von ihr von Radha wie sie aufgrund ihres gekränkten stolzes reichlich von Krishna verehrt worden war Fußnote 198 Vergleiche Bhagavatam 10.29 .48 Wie er aber daraufhin sich entfernte und sie dadurch sehr gedemütigt wurde 10.30 .40 bis 42 Die Gopis gingen in den Wald hinein soweit das Mondlicht ihn erhellte Doch als sie bemerkten wie dunkel es im Walde wurde kehrten sie zurück An ihn dachten sie von ihm sprachen sie Krishnas Ton und Bewegungen nachahmend Ihr Herz ganz mit ihm beschäftigt sangen sie von ihm und seinen Eigenschaften und wussten nichts von sich selbst und nichts von ihren Häusern Von tiefem liebenden Denken an Krishna erfüllt kamen sie zum Ufer der Yamuna zurück und voll sehnsüchtiger Erwartung seines Kommens sangen sie von Krishna 10.30 .43 bis 45 Um deinet Willen bloß halten wir uns am Leben so sangen sie 10.31 .1 Wir sind deine Dienerinnen die doch selbst gar keinen Lohn erwarten Wie oft sind wir mit den anderen Bewohnern von Vraj von allen tödlichen Gefahren bewahrt worden Willst du uns denn nicht auch diesmal retten Du bist ja nicht nur der Sohn der Gopi Yashoda sondern du bist auch Vishnu der alles sieht was die Atmas aller derer tun die einen Leib haben und du bist auf Bitten Brahmas im Geschlechter der Yardos in der Welt erschienen und du bist unser Freund sie klagen wie schwer ihnen diese Trennung sei da ihnen ja schon am Tage wenn er in den Wald gehe und sie ihn entbehren müssen die kurze Zeit der Trennung wie ein Weltalter erscheine und dass sie wenn sie ihn sehen ihre eigenen Augenlider verwünschen da deren Blinzeln den ununterbrochenen Anblick seiner Gestalt verhindere 15 Andere wiederum klagen an ihn er wisse dass sie von seinem Flötenlied verwirrt zu ihm kamen und das Haus Hof und Gatten verließen er sei doch Achuta von dem man nicht zurück könne wolle er sie denn hier im Walde alleine lassen 16 Und wie schon mehrmals vorher bricht aus ihren Worten hervor was sie sonst nie sagen würden in Sinnesverwirrung der Trennung sprechen sie aus dass sie sich ja keineswegs um ihrer Selbstwillen sorgen sondern um seinetwillen klagen O du Geliebter der du im Walde umherstreifst dass deine zarten Lotusfüße die wir furchtsam nur ganz sachte an unsere harten rauen Brüste ziehen möchten an scharfe Steine und Dornen sich wehe tun könnten das macht unser Herz irre gehen leben wir doch nur um deinetwillen bei bei ihnen weilte und in stark dienender Liebe zu ihm leuchteten ihre Augen hell sie die schwachen von Trennung ganz ermartet erhoben sich alle zu gleich als ob das Leben wieder in ihre Glieder gekommen wäre 10.32.3 Je nach wieder eine andere warf sich zu Boden und setzte seinen Lotus Fuß auf ihre Brust eine andere wieder verwirrt unter der Gewalt von Bremer zog ihre Brauen zusammen und blickte ihn mit scharfen Seitenblicken ärgerlich an mit den Zähnen ihrer Lippen beißend 10.32.5 bis 6 mit diesen Blicken strafte sie Krishna weil er selbst sich seiner Freude entzog es sind diese Blicke die ihn so erfreuen eine andere wiederum diente seinen Lotus Augen mit ihren Augen ohne die Lieder zu bewegen so wie Baktas den Lotussen seiner Füße dienen und doch konnte sie sich nicht satt sehen 10.32.7 eine andere wiederum nahm ihn durch die Öffnung ihrer Augen in ihr Herz hinein schloss die Augen und umarmte ihn in ihren Herzen von Glück überwältigt sträubten sich die Herrchen ihres Leibs als ob sie ein Yogi wäre 10.32.8 sie alle waren voll Freude über das Freudenfest des Anblicks Keshawas und die Qual der Trennung verschwand so wie die Qual der Menschen in der Welt wenn sie einem begegnen der ein wirklich weiser ein Bhakta ist 10.31.9 Fußnote 200 vergleiche Gita 6.47 Von ihnen umgeben die von allen Krame frei waren leuchtete Bhagavan Ajuta noch viel mehr so wie der Purusha Paramatma umgeben von seinen Shaktis 10.32.10 In dieser Strophe sind zwei Bedeutungen verborgen Erstens Vishnu wenn er ruht und die Shaktis untätig sind und Vishnu wenn er wacht und von seinen Shaktis umgeben ist Die Gestalt ist dieselbe doch sie wird noch herrlicher wenn seine Shaktis lebendig um ihn sind Zweitens so wie diese Shaktis gleich Lakshmi und so weiter Bhagavan eigene Shaktis sind so sind die Gopis Krishnas eigene Shaktis Dann ging der von Zeit und Raum unbegrenzte Gott Vibhu zu dem von weichem Mondlicht überfluteten Yamuna Ufer Frei von aller Herzensqual aufgrund der großen Freude seines Anblicks waren sie am Ziel aller ihrer Wünsche so wie die Gestalten der Wort Offenbarung die Schruthis wenn sie Gott schauen und ihm dienen dürfen Fußnote 201 vergleiche die Schruthi Gita im Bhagavatam 10.87 1 bis 43 die Schruthis die Gestalten der Wort Offenbarung sind ihrer wahren Natur nach ewige Gestalten aus Chit Shakti gebildet Mehrere von ihnen so berichtet das Bhagavatam 10.87 23 erreichten ihr Ziel und in einer Gestalt gleich den Gopis dürften sie den Gopis und dadurch Krishna dienen Es sind dies die Schruthis die von Krishna und der Bhakti unmittelbar künden Andere Schruthis vermögen nur ihn von fern direkt oder indirekt zu beschreiben und die Gopis bereiteten ihre eigenen Gewände aus welche die Spuren des Safrans ihrer Brüste trugen damit der Freund ihres Herzens darauf nieder sieße 10.32.11 bis 13 die Gopis in denen noch Ärger nachzitterte richteten Fragen an Krishna und Es gibt solche die je nach der Art wie ihnen gedient wird den anderen dienen Es gibt solche die anderen dienen auch wenn ihnen nicht gedient wird Andererseits gibt es auch solche die überhaupt keinem anderen dienen ganz gleich ob ihnen gedient wird oder nicht Sage uns wahrlich wie es damit steht also zu welcher dieser Gruppe du gehörst 10.32.16 Krishnas Meinung über die erste Gruppe Diejenigen o Freundinnen die sich wechselseitig dienen die tun es weil sie sich letztlich um ihr eigenes Wohl bemühen In dieser Form des Dienens ist weder edle Gesinnung noch Religion ganz allein Selbstsucht ist das Motiv und nichts anderes 10.32.17 Das bedeutet wenn Krishna und die Gopis einander dienten weil beide im Grunde ihres Herzens eine Freude für sich als Gegenleistung für ihr Dienen erwarteten dann gehörten sie in diese Gruppe Alle Religion die das leiseste selbstsüchtige Motiv hat auch zum Beispiel Befreiung vom Leid Erleben Gottes und so weiter wird damit von Krishna vollkommen abgelehnt Krishnas Meinung über die zweite Gruppe Es gibt Mitleidsvolle und Eltern die denen dienen die nicht dienen In dieser Form des Dienens ist nichts Niedriges ist Religion ist edle Gesinnung 10.32.18 Zu zu dieser Gruppe können weder Krishna noch die Gobis gehören denn sie dienen ja einander Krishnas Meinung über die dritte und vierte Gruppe Es gibt einige die anderen nicht dienen ob 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 dienen oder nicht dienen das sind entweder solche die ganz in sich selbst alle Freude finden oder solche die alles erlangt haben was sie begehren könnten undankbare Kreaturen Feinde der Meister und der Älteren 10.32.19 Ich aber ihr Freundinnen diene denen nicht die wie Tiere ohne rechte Erkenntnis sind auch wenn sie dienen und zwar deshalb damit sie rechte Neigung zum entsprechenden Dienen erhalten das heißt sich um ein Dienen mühen wie ich es mag damit sie bloß daran und an nichts anderes denken so wie ein Reicher der seinen Reichtum verlor eben an nichts anderes denkt 10.32.20 Das heißt also solange die Menschen nicht das Dienen um des Dienens Willen begehren kann davon keine Rede sein dass Bhagavan Krishna darauf reagiert ihr schwachen in Klammer Frauen um meinetwillen habt ihr es aufgegeben euch um das zu kümmern was die Welt uns die Weden sagen und um das was euer ist ich bin der Geliebte ihr seid die Geliebten ihr dürft mir dem Geliebten nicht böse sein dass ich unsichtbar war und im verborgenen diente das heißt hörte und sah was ihr sagtet und tatet Bhagavatam 10.32.21 Krishna ist vollkommen unter der Gewalt des lauteren Dienens der Gopis und bittet sie ihm nicht böse zu sein auch in den langen Zeitläufen der Lebensdauer eines Brahma vermöchte ich nicht dem zu entsprechen Fußnote 208 in seinen Worten wirft Krishna ein von ihm selbst gegebenes Gesetz um denn in der Bhagavad Gita 4.11 sagt er dass er jeglichem Dienen entspreche auch in den langen Zeitläufen der Lebensdauer eines Brahma vermochte ich nicht dem zu entsprechen was ihr um meinet Willen tut denn auf ganz lautere Weise habt ihr Liebesgemeinschaft mit mir dass ihr die schwer überwindbaren Fesseln des Hauses vollkommen zerrissen habt und mir dient dieses Dienen das Glück dieses Dienens sei euer Lohn Bhagavatam 10.32.22 Es sind Fesseln welche die Gopis um Krishnas Willen auf sich nahmen und die sie dann um Krishnas Willen zerrissen Nun begann Govinda das Rasa Spiel umgeben von den unvergleichlichen Frauen die hoch erfreut und einander zugetan waren und im Kreise die Arme untereinander verschlangen Bhagavatam 10.33.2 Nach Krishnas Wiederkunft herrscht volle Freundschaft und Harmonie zwischen allen Gopis Das große Freudenfest des Rasa fing an die Gopis in Kreisen geordnet er der Herrscher der Yogis Krishna in vielfacher Gestalt trat zwischen je zwei Gopis jeder der Frauen meinte dass er einzig an ihrer Seite wäre Bhagavatam 10.33.3 Unaufhörlich wandelt sich Krishnas Gestaltenspiel Nun ist wieder nur je ein Krishna inmitten jeder der Kreise der Gopis Dann leuchtete in ihrer Mitte herrlich hervor der erhabene Gott Devakis Sohn So wie ein mächtiger Smaragd inmitten von goldenen Perlen Bhagavatam 10.39.7 Mit achtsamen Tanzschritten mit bebenden Händen und sanftem Lächeln und lebendigem Spiel der Augenbrauen mit hingebungsvollen Leibern und wogenden Brüsten und die Ohrringe an die Wangen schmiegend ihre Gesichter mit Schweiß bedeckt während die Haare flechten und die Gürtel sich lösten besangen sie ihn und es leuchteten die jungen Gefährtinnen Krishnas wie Blitze in einem Wolkenkreis Bhagavatam 10.33.8 Nun ist Krishna wieder zu Seiten jeder Gopi Mit lauter Stimme und die Kehle von leidenschaftlicher Liebe erfüllt sangen voller Zärtlichkeit die tanzenden jungen Frauen die aufblühten durch die Berührung mit Krishna dessen Gesang dieses Weltall erfüllt Bhagavatam 10.33.9 Zu den 64 Künsten die in Krishnas Rasa harmonisch vereinigt sind gehört nebst der Kunst der Wort Rätsel der vielschichtigen Sprache der Musik des vielfältigen Tanzes der Kosmetik der Kochkunst des Blumenbindens des Würfelspiels der Kunst des Theaterspiels und so weiter auch die Kunst des Gesangs in allen Formen und Tonarten Das Bhagavatam berichtet dass die Welt noch heute von diesem einzigartigen Rasa mit seiner Vollendung aller Künste spreche In der folgenden Schilderung des Rasa tritt im Benehmen jeder Gopi deren besondere Charakter deutlich hervor Eine Gopi in Klammer Lalita sang selbstständig ohne dass Krishna mitsang und sie wurde von Krishna der sehr erfreut war besonders verehrt Eine andere Gopi es war Radha wandelte diesen Gesang in einen anderen Takt um und Krishna pries sie sehr Bhagavatam 10.33 Punkt 10 Vom Tanz ermüdet die Blumen im Haar und den Armschmuck gelöst umarmte diese andere in Klammer Radha mit beiden Armen den Hals Krishnas der eben an ihrer Seite stand Bhagavatam 10.33 Punkt 11 Eine andere unter ihnen namens Shyamala spürte das Aroma von Krishnas duftendem Arm des von Sandel Paste gesalbten den er um ihren Hals legte und während ihre Herrchen sich sträubten küsste sie diesen Arm 10.33 Punkt 12 Eine andere Shavya legte ihre Stirn die leuchtete von den schwingenden Ohrringen an die Wangen Krishnas er gab ihr vom Betel den er kaute 10.33 Punkt 13 Eine andere wieder tanzte und eine andere Chandravali sang und die Glöckchen ihrer Fußspangen und ihres Hüftgürtels tönten Sie nahm die Hand Achutas der neben ihr stand und ermüdet vom Tanz legte sie diese Lotus Hand an ihre Brust 10.33 Punkt 14 Die Gopis spielten und sangen von ihm der die Arme um ihren Nacken geschlungen hatte Sie hatten ihn den einzigen Geliebten der Lakshmi erlangt 10.33 Punkt 15 Von Lakshmi wird in den Puranas berichtet dass sie am anderen Ufer der Yamuna lange Askese übte um nach Vraj in das Reich der göttlichen Lieblichkeit zu gelangen aber dass es ihr nicht gelang denn Lakshmi konnte nie vergessen dass sie die Shakti die göttliche Macht die Gattin Narainas im Reich der Gottes Majestät sei sie vermochte nicht bei den Gopis Zuflucht zu nehmen Fußnote 209 vergleiche die Schilderung des Wagenfestes in Puri Seite 472 Es heißt nur wer bei den Gopis Zuflucht nimmt findet Einlass in Vraj Dann waren die dunklen Bienen die Sänger bei diesem Raserfeste und die Gopis tanzten zusammen mit Gott zur Begleitung der Musikinstrumente der Armspangen und Glöckchen der Fußspangen ihre Gesichter glänzten voller Schönheit Geschmückt mit den Lotusblumen des Ohrschmucks den Haarlocken über der Stirn und den Schweißtropfen 10.33.16 Fußnote 210 Die Gopis sind ewige Chit Shakti Gestalten Aus Chit Shakti bestehen auch die Schweißtropfen die sie schmücken Chit Shakti Voll Schönheit ist der Laub des Landes Raj der auf der Gestalt Krishnas liegt wenn er vom Weiden der Kühe heimkehrt Vergleiche das Missverstehen des Königs Pratapa Rudra als er den Tanz Chaitanyas schaut Seite 411 Von Neuem ändert sich Krishnas Gestaltenspiel In der nächsten Phase des Tanzes ist er nicht mehr der Meister aller Yogis der sich vervielfältigt Blitzschnell eilt er von Gopi zu Gopi So tanzte freudig mit Umarmungen und zärtlichem Berühren der Hände und tiefen Liebesblicken und kühnem Spiel und Lächeln der Herr der Lakshmi der Herr des Liebesreichtums der Herr der Gottesmacht und er freute sich spielend mit den Schönen von Vraj wie ein Kind ganz seiner Allmacht unbewusst ganz versunken in dieses Spiel er selbst in seiner eigenen Gestalt schnell umhere eilend 10.33.17 Andere Bedeutung der letzten Zeile ganz schnell umherwirbelnd unter ihnen in denen er sich selbst widerspiegelt schließlich vervielfältigte Bhagavan wieder seine eigene Gestalt so dass er so viele war als junge Frauen da waren und obwohl er in sich selbst alle Freude findet er freute Bhagavan sie mit ihnen spielend aus lila 10.33.20 In dienender Liebe wischte er sorgsam mit beruhigender Hand die Gesichter aller derer ab die vom Liebesspiele ermüdet waren 10.33.21 Die Gopis ihrerseits verehrten ihn mit ihren eigenen leuchtenden Gesichtern und blicken 10.33.22 Fußnote 211 Gesichter und Blicke sind hier wie die wehenden Lichter im Tempel die beim Kult des Lichterwehens Arati dem von Gott bewohnten Abbild Bhagavans dargebracht werden dann da sie und auch Krishna der alle Grenzen überschreitende vom langen Tanze ermüdet waren stiegen sie alle um ihn gescharrt in die leuchtenden Wellen des Stromes Yamuna hinein in die hohen Wellen der höchsten religiösen Ekstase so erklären die Texte er der alles hat was er begehren könnte Satyakama verbrachte die von Monscheinglanz erleuchteten Nächte zusammen mit den Frauen die ihm und einander ergeben waren er in dessen Herzen alle die Künste des geheimen Liebesspieles eingeschlossen sind es sind Nächte welche die Dichtungen beschreiben die vom Rasa der Verwirklichung dieses Dienens in den Nächten der Nachregenzeit handeln 10.33.26 viele Fragen steigen dem Leser im Abendland auf wenn er an dieser Schilderungen des Rasa Anteil nimmt Nathan Söderblom zum Beispiel hat in seinem nachgelassenen Werk der lebendige Gott in Klammer den Levande Gudern Fußnote 212 Stockholm 1952 von Sensualismus gesprochen die Haltung der Krishna Bhaktas ist eine ganz andere während das Erotische die Erkenntnis des Menschen trübt ist sie für Gott eine seiner Erlebnisweisen und Ausdruck seines Spiels in Erkenntnis deshalb verschattet ihn das Erotische nicht die alten Urkunden des Hinduismus die Upanishaden sprechen von Gott der ist und doch fastet der viele Schaktis hat und doch absolut keusch ist Der gläubige Hindu steht mit gefalteten Händen vor den Bildwerken des Erotischen Gottes als eines großen wundersamen Geheimnisses vor diesen Darstellungen des ewigen Liebesspiels Krishnas mit den Gopis oder des ewigen Liebesspiels Shivas und Parvati erahnt er dass die lautere Erotik Gottes das Gegenteil der Erotik der Welt ist Diese Erotik ist nur Gott und seinen Schaktis eigen Im Sinne der Bhaktishastras ist diese Rasa Lila Wirklichkeit der Wirklichkeit Satya Sya Satya und Und weil in ihr weder von Seiten Krishnas noch der Gopis der geringste Hauch von Streben nach eigener Freude sich findet und weil sie an Pracht und Herrlichkeit unendlich ist lässt sie alles irdische Liebesleben als ein Zerrbild Vidambana erscheinen und sie erfüllt diejenigen der den Sinn Recht erfasst hat und glaubensvoll dieser Lila lauscht mit dem Verlangen denen zu dienen die also dienen Aus Gnade zu den Wesen macht er in zweiarmiger Gestalt solche Lilas offenbar damit die Wesen diese Lilas hörend sich Gott zuwenden 10.33.37 Um die Überweltlichkeit des Rasa Spiels und die Fadenscheinlichkeit aller irdischen Zeitbegriffe im Verhältnis zu Lila anzudeuten berichtet das Bhagavatam dass jede Nacht eines solchen Rasa Brahmanächte lang währte eine Brahmanacht umfasst bekanntlich nach der Chronologie der Shastras einen Zeitraum von 4320 Millionen Jahren Fußnote 213 Die Relativität der Zeit kommt schon in den verschiedenen Welten der Samsara zum Ausdruck Das Bhagavatam 11.3.30-36 berichtet von dem König Kakutmi Raivata der mit seiner Tochter Rivati nach Satyaloka der höchsten Sphäre der Wandelwelt ging um dort Brahma den Weltenbildner zu befragen wem er seine Tochter als Gattin geben solle Brahma hörte damals gerade Musik und der König musste eine Minute in der Halle warten Als der König daraufhin sein Anliegen vorbrachte lachte Brahma und sagte dass während dieser kurzen Wartezeit auf Erden 27 Zyklen von je vier Weltaltern dahingerollt wären Rivati bekam dann Krishnas Bruder Balaram als Gatten als dieser im Königsland seine Lila spielte Mit der folgenden Strophe beschließt das Bhagavatam das letzte der Kapitel vom Rasa in der Nachregenzeit nochmals die völlige Verschiedenheit irdischer und göttlicher Erotik hervorhebend Fußnote 214 der Weise der die Bedeutung dieser Lila klar erfasst hat der Weise der diese weit ausgebreiteten Spiele Vishnus des immer da und überall seienden Gottes mit den jungen Frauen von Vraj in gläubiger Zuversicht zu dem Dienen hört oder berichtet der erlangt höchste dienende Liebe Bhakti zu Bhagavan und schnell wird er frei von der Krankheit des Herzens dem Begehren nach eigener Lust Bhagavatam 10.33.40 H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020